Herzlich willkommen zu einer Runde Armutwürfe hier aus Steel Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir spielen den Leopard 2 AV in einer mittleren PvE Mission. So, dann hoffen wir mal, dass wir auch schnell eine Flacht bekommen. Wir teilen da mal eine Mission. Sehr schön. Auf geht's. Hoffen wir, dass wir was Schönes gekriegt haben. Operation Skorpion. Es ist an der Zeit, diese Stadt von einem Kartell zu befreien. Du musst die Brücken einnehmen, um die Verstärkung des Feindes daran zu hindern, die Stadt zu erreichen. Klarer Kampfauftrag. Der obere Brücke zerstöre die Schwarzmarktlieferung. Okay, gucken wir mal. Leicht winterlich haben wir es heute. Na jo. Denk mal, wir werden über den Fluss drüber gefahren, auf die andere Seite und von dort aus kämpfen. Hm. Weiß gar nicht. Ich glaube, das war in der letzten Runde, die ich je gespielt habe. Gar nicht so klar. Ich weiß es noch nicht. Geht raus und lasst die Panzer sprechen. Das ist nur eine Aussage. Läuft. Mal gleich, wenn man eine Kette wegkriegt. Komm, die Kette wieder. Die Kette wegkriegt. Ich bin der Kurskisch. Wir haben die Kurskisch nicht mehr. Ich bin der Kurskisch. Ich bin der Kurskisch! So, sehr schön, der ist down. Auf geht's, auf zum nächsten. Hier vorne ist ja gleich noch einer. So ein Nebeltier. Ja, nee, danke, das wollte ich gar nicht. Okay, ich kriege ja die ganze Zeit einen in die Flanke, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, das war schon wieder, das war schon wieder Kokolorus hier. So wie so eine scheiß Rakete, ey. So, da haben wir einen rausgeschossen. Ich bin mit Glück dran vorbeigeflogen. So, da haben wir einen rausgeschossen. Da haben wir einen rausgeschossen. Das ist doch nicht sowas. Nein, im Schluss alles mögliche einen rausgeschossen. Was ist denn das hier, wieso da unten nachladen? Das ist so lange hier, wie gesagt. Cutter. Komm, auszuhalten. Jetzt sind sie gut nach Ladezeit. Mann, 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 ey. Das ist doch schon wieder scheiße alles hier. Oh, ich bin hier rausgeschossen. Oh, Mist. Oh, ich bin hier rausgeschossen. Oh, Mist. Oh, ich bin hier rausgeschossen. Oh, ich bin hier rausgeschossen. Oh, ich bin hier rausgeschossen. Aber gut. Ist denn halt so, ne? Wenn scheiße, dann scheiße mit Zuschwung. Jo, du, ich brauch noch ein bisschen zum Nachladen. Und jetzt mal das Zünder wieder. Auch enorm zu tief. Und ziel mal da drüben bitte den Gegner nochmal. Danke. Sehr nett. Dankeschön. Dann gucken wir mal richtig einen Leit versenken. So, dann haben wir da noch eine, aber da kommen wir nicht ran. Bleiben wir noch 3 Sekunden offen nachher, jetzt wird er mit ansteigen. Das ist natürlich saumäßig, ne? Dass der Typ jetzt rausgeschossen ist, die wir aussehen. Ein bisschen dafür da ist, dass wir ein bisschen nachladen können. Ich muss ja sagen, das finde ich nicht nett. Malach, das ist erstmal schon wieder von irgendwo her. Der Turm steckt fest, ja. Jetzt seh ich ihn. Komm, gib mir mein Turm wieder. Ja. Bottet doch mal, bitteschön. Einfach mal spotten, Jungs. Dass das Stunden dann dauert, bis du hier ne Mumpel drin hast, in diesem scheiß Teil jetzt. Echt nicht schön, ey. Kampfwert also wirklich um die Hälfte reduziert hier. Brrrr, ist das langweilig. Halte diese Brücke. Lass sie nicht durch oder wir verlieren die Schattifizierung. Feind, Panzer. Jawollo. Zum Winkel. Das auch noch. Kannst du nur schon alle 20 Stunden hier mal einen Schuss rausgeben? Auf den Gegner und dann machst du auch noch sowas. Wird hier was gegen den unten machen oder so? Guckt hier gerade in meine Richtung. Kommt hier hier hoch. Brotter euch den gerne. Mann, 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 ey. Wir haben den ganzen Panzer wieder weit wund geschossen, ey. Okay. Ach, zerstöre die Schwarzmauslieferung. Dann können wir da hinten noch hinfahren. Wenn mein Klapp an der Panzer noch ein bisschen was macht hier. Boah. Na, Klapp hat dann ein bisschen schneller. Das ist ja wie eine... Wie eine polnische Sprache. Das ist schön, dass wir das geschafft haben. So. Durchgekämpft. Sieg. Brrr. Naja, sagen wir mal... Durchwachsen. Aber okay. Hätte man besser... Ja, das hätte durchaus besser laufen können. Aber es war durchwachsen. Aber es ist ein Sieg. Gucken wir mal, wo wir denn da stehen. Was wir geleistet haben in dem Gefecht. Gülip. Laden. So. Blue Star. Okay, wir haben wieder... Beste im Team. Ist okay. Ja, knapp. Ist schon... Ist schade, dass der Typ 62 da so ein bisschen früh weggestorben ist. Viel Schaden haben wir nicht gemacht. Dafür haben wir zwei Leute rausgeschossen. Ein Modul zerstört. 24 gespottet. Ja, neun Assists haben wir noch. Blue Star. Ein bisschen die Details noch gucken. Hier, Premium kaufen wir jetzt gerade nicht. Wir wollen ja heute nur diese eine Folge abdrehen. Das ist so dieses Daily, damit man diese ganzen Bonis kriegt. Immer wenn man sich täglich anmeldet. Da kann man sich ja immer alle sieben Tage 50 Gold verdienen. Und ähm... Am sechsten Tag kriegt man glaube ich so einen Premium-Tag. Gut, okay. Das zu dem. Das war eine Folge Arm und Wurfe hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.